bei mir ist auch voll so hallo und herzlich willkommen zurück zu gtr 5 ja soll ich zu dir kommen wieder kannst gerne bei mir auch dann schickt man einladen wir können es auch einfach so auch dann du brauchst du ja keine katholotter freundin am spiel beiträgt stimmt diese funktion gibt es hier ich habe ihn jetzt mal als freundin zugefügt und du alter also ihr habt ihr habt es ja in der letzten folge mitbekommen am ende dieses brummen das werde habe ich heraus habe ich ja so halb raus geschnitten bzw leiser gedreht ja der stecker am rechner war nicht richtig drin schock des lebens du bist aber auch erschreckbar ja hallo du weißt wie laut ich vorher musik gehört habe wir haben zu kurz los gibt und die ganze anlage riesen knall macht das auch ganz nett vor allem kann das schon rauch und dann schreibt es ja was würde einen coolen effekt geben die saison ist auch schön folgen 120er also wie gesagt ich habe noch keine anfrage vom dubi bekommen das werde ich wahrscheinlich nicht ich weiß nicht oder habe ich nicht gesehen ich guck mal ein freund ist online das dürfte es nur du sein wenn ich akzeptiert das hat ja noch nicht vor aber wenn wir erst mal gerade nein er ist nicht da er spielt gerade geht ja und egal was soll es so haben wir eine frau in der sitzung nein das ist auch schon eine rarität eine hartität nur das blöde ist wenn du eine frau in der sitzung hast weißt du weißt nie ob hinter dem steuer auch wirklich der frau sitzt das ist ja was machen wir die folge ohne zwischenfälle bitte aber rhein und lustig ist ein jahr dafür habe ich kein geld für randale das war gekonnt nicht gewandt lassen mal ich habe eine idee was wir machen warte ich muss kurz jemanden anrufen mich pegasus such mal hier am allemose bitte ein segelboot wir machen eine kleine challenge warte ich habe ein boot auch ein segelboot nein naja segelboot such mal hier eins am allemose ich hole einen cargobob ja warte ich suche eins aber ich fahre mit dem setzke auf dem see sind nämlich nur eine kilometer bis zu pegasus das sind drei zwei spieler ich habe ich gar nicht gesehen ja da steht ein cargobob gott sei dank wir haben hier zwei 120 wir müssten dann mal zum international port und dann mal gucken ob wir da vielleicht einen titan finden ich glaube ich nur wenn er da weil die sporen ja immer wenn du da hinkommst erst ich kann so ganz langsam wieder nach vorne fliegen mal hilfe aus der community ich weiß nicht was das ist ich lasse den controller mal komplett los warum geht der hubschrauber so nach hinten wenn ich jetzt nach ganz vorne drücken wirklich viel nach vorne ist nicht hast du ein boot gefunden aber ich muss erst mal mein jetski kommen weil hier ist ein gang an kraft da wo mein jetski warum jetski da habe ich auf dem see ein bisschen suchen können wer hat geschossen irgendjemand schießt na das sind die da hinten wahrscheinlich fahren wir mal den see ab ich habe eins gefunden nein ich habe ein motorboot gefunden geht auch merkt ihr mal den ort und guckt mal weiter ich mag hier mit dem ort einfach ich guck auch mal hier wo ich bin da stehen ein paar motorboote kopfgeld von 3000 auf stabilo stallibo 007 schalten james bond fan zu sein hier steht noch ein motorboot da sind viele motorboote wir brauchen ein segelboot weil das so schön schwer zu manövrieren ist hier haben alle musik steht eigentlich meistens eins hier ist ein motorboot ja ich fahre mal an der rechten seite lang aber weißt du auch wo das immer steht nur hier irgendwo am see mit u-booten müssten wir ja auch mal eine erkundungstour machen ja gell wo gibt es denn u-boote ich weiß gar nicht wo gibt es eigentlich u-boote vielleicht können wir auch einfach noch kein segelboot haben wir hatten ja auch nicht gleich alle flugzeugen ja ok wo gehen wir als solche motorboot holen wir gucken auf der rechten seite wenn wir kein zünden nehmen ein motorboot aber dann brauchen wir den kargobob auch nicht siehst du dann schon darf ich dann auch mal im dead ski bleiben kannst du ja cool so ja ich habe ja auf der rechten seite nichts ich sehe auch nichts wenn ich das jetzt hier so gerade abfliege das ist das fakt ab dass ich nicht schneller fliegen kann ja ich glaube kargobob ist auch einfach nicht wirklich schnell oh alter da sind drei leute an meinem auto ich sehe schon den knall von der versicherung hier ist ein motorboot motorboot jetzt geht bei vielleicht auch ein schitz geht wir können auch gleich weiterfahren zu den U-booten wenn du weißt wo die sind mhm wo bist du hier ist nein so dreh dich du siehst mich hier auf dem map ja ich bin gerade auf dem weg zu dir jetzt kann ich fast gar nicht nach vorne fliegen fliegt doch ja warte bleibt da stehen schon warte ich will doch springen toll was ein super sprung ja geil so wo geht es hin zum jet ski ich will mal einen echten jet ski fahren ich hatte schon mal die chance aber na musst du heim so was hast du für einen rot wo ich nehme den weißen davon das ist ja mein eigener ding aber du kannst ja leider keinen steg oder so eine halle am hafen kaufen sehr cool wenn man den in die garage stellen könnte und dann immer mit so einem anhänger fahren das geht auch irgendwann noch weil du musst ja auch irgendwie deine flugzeuge holen ja also im moment ist so zb die boote und so die sind alle beim heger so ist wenn du die anrufst werden die dann an achso ja ansteck geliefert in deiner nähe wir fahren jetzt davon in die stromschnellen mhm es hat mit einem jet ski recht einfach geht schau dass die sonne so hoch steht wir haben gleich sonnenuntergang 14 35 nicht wirklich ja bald wenn die sonne schon so runter geht weißt du hier vorne nämlich da passt das segelboot nicht runter da hätten wir den cargo cargo bob gebraucht um es hochzureden jetzt ist es hier schön ruhig das gewässer kommt schon schnell weißt du wo die u-boote stehen ungefähr ja weg oha wie voll der server ist schon wieder was für eine ruhe wir dafür haben ja wir sind auch recht weit weg boah die stromschnellen sind geil alter in sand gesetzt mit einem segelboot wärs halt schöner ne ach ich find's doch eigentlich auch ganz lustig hui wir fahren im partner look alter ja wow wir müssten mal ausprobieren ob man auch damit wieder hoch fahren kann obwohl ne geht gar nicht wir kommen den einen wasserfall dann nicht mehr hoch eh boah präsant soo wo sind die wo sind die u-boote ach wie schön das hier einfach ist ich feier das schau mal hinter uns ja man ja man vor allem wenn man mit dem jet ski dann auch so treibt ja ich finde es geil wenn du die handbremse ziehst kannst du noch mal richtig schön in enge kurve fahren hat richtig jet ski feeling lasst mal hier durch die bucht fahren geht's also in o-booten ich hoffe mit gar kein plan wo die sind nein 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 soll ich helfen ne ne geht schon oder mit dem motorbuch weiterfahren na ich meine ich muss mal auf dem map gucken ja doch ja doch 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 gut ich hab mir mal grad den ort markiert mhm schau mal bei uns in der Lobbyliste ganz unten neoblider 0 0 0 warte sieht aus wie eine frau gell ein bisschen ja boah geil da ist der steg da musst du weil hier hier sind ja die u-boote wenn du mit michael und so hier sind keine u-boote wir sind wahrscheinlich einfach noch nicht das level dafür ne 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 das level haben wir schon weil das weiß ich die lpt crew level 26 und die haben auch u-boote gehabt ja vielleicht war da einer dabei aber wo kriegen wir solche wie das aussieht solche kugeln wo gut herbekommen brauchst du nicht ich hab das täglich er bleibt hier egal für die kleine Störung wir müssen grad mal gucken wer schneller ist hat gewonnen kugelkrum das war mein Buch ähm GTA online online die so ich hab schon was ich hab schon was ich hab' Video toll okay total deutsch m haben wir dafür ist ein Auto 2014 bei der WM die Werbung macht sein dass sie ja ach komm ja das u-boot findet man nur an einer stelle im nordwesten von los santos ja warte mal ich kann es hier auf der karte mir mal angucken ein kleiner hafen mit einer kleinen holzhütte ja hier sind wir doch warte ne 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 das ist am hafen von los santos im nordwest also da wo der typ im video das gezeigt hat auf der karte markiere ich mir das mal da fahren wir jetzt mal hin am besten weil level 30 aber okay wir sind fast 30 also ja warte mal ich markiere das mal also wie es laut dem es ist ein bisschen zu fahren okay ja wir haben Zeit das ist halt ganz unten alter what the fuck meine Aufnahmedatei ist irgendwie extrem groß obwohl wir nur 15 minuten gerade haben passiert die ist über 3 GB groß gerade gut dann heißt das muss ich wahrscheinlich noch mal einen Cut machen uah fahr wir fahren noch ein bisschen hast du den ort markiert ja einfach zum hafen also erstmal außen rum ach geil hier lass mal langsamer fahren dann kommen wir den sonnenuntergang richtig gut die sonnenuntergänge ich feiere die hier so in GTA 5 ganz allein normalen die sonneneffekte wie viel haben wir zu fahren weißt du das ungefähr einmal um die insel rum lange die sonne spiegelt sich im wasser guck mal mhm sieht gut aus einfach nur bis zum hafen fahren so ruhig ja ich war eigentlich mein motorsaund oder sowas ich lege mal ein bisschen Musik auf also die schneide ich jetzt nachträglich rein ich höre sie jetzt nicht ich sag das jetzt einfach mal zu nein 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 ich auch nicht im Sand setzen bitte Risikospiel wie ruhig wie ruhig die jet skis laufen wenn ihr so ruhiges ist ne ähm irgendjemand folgt uns alter ich kann sagen mit dem Flugzeug geil what the fuck wie geil das aussieht wo bist du von rechts wo bist du von rechts ja rechts ja wie geil er hätte doch rechts wir von der Schrift auf den zu was ein Typ Johnny ist alter der kann gut fliegen jetzt hast du ihm glaube ich die Flügel ich habe gar nichts gemacht was von der wissen wir 29 das ist unser büro gut 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 입 editor wie geil das dran aussieht er eher so in der sonne wir sind Cliffs links achte achte ist ein steg ich mach risiko ich okay ich war auch durch ja und wir fliqué gegen alter das wäre so loll doch wo es ging es ausgeflogen wollen wir mitnehmen ich kann ja nur hier an die küste ich sehen an der küste und ich komme zu ihm mit hoffentlich erschießt er uns nicht aber das wäre eigentlich auf uns gestürzt gut wir nehmen der mal mit und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn wir das u-boot hoffentlich finden